Konnten wir hier was machen? Hier war es Fragezeichen. Ah, hier ist was zum Holen. Verfick der Scheiße! Verfick der Scheiße, seid doch nicht so beleidigend hier. Scheiße, Auto kaputt. Den könnte ich ja auch ausgestehen. Ist das noch einer? Zeig mir deine Hände, Arschloch! Ah, ich hätte noch einen Schoss, ich bin fast tot. Hey. Ich habe Rebellen gerufen. Und die sich opfern, theoretisch. Ja. Oh, ist der Scheiß Heli wieder, ne? Ja, ich kann mich um ihn. Und Schuss. Mach's gut, Heli. Und die Rebellen schlägen einfach ins Auto, toll. Super geil, der Rebell. Hey, wir Profis. Was haben wir denn hier zum Einsammeln? Eine Kingslater 3. Geh holen. Okay, lass uns erstmal die Gegner besiegen. Ja. Für irgendwas einsammeln. Ja, genau. Da oben gibt's Munition, ne? Äh, ich glaub, mein... Ja? Mein Gewehr hat keinen Schalldämpfer mehr. Wie machst du den Schalldämpfer nochmal an? Ja, wenn du nach oben drückst beim Ziehen, glaub ich. Drohne ist oben. Beim Ziehen, toll. Dann hab ich Drohne. Ja. Aber Schatz, ich fand ich den Schuss sehr laut. Mhm. Der war ein wenig laut, ja. Da ist einer. Da ist einer. Mehr scheinen hier erstmal nicht zu sein. Okay, die Rebellen sind da, drüben. Müsstens spät, ne? Ja. Keine Ahnung. Da ist einer. Da war einer. Alle tot. Wo hast du jetzt dieses Zeil gefunden da? Da links. Oh, hier sind ganz viele Gegner. So, Legende halt. Wurde es gesehen, oder ich? Ich. Okay. Und was machen wir als nächstes? Ja, ein Moped für mich suchen. Also, Fragezeichen. Da hinten, ne? Ne, da hinten. Welches wo? Das rechts von uns. Obwohl, dann wäre das untere lieber erstmal. Hä? Ah, da hast du mir kehrt, okay. Da hinten ist doch ein Moped. Wo? Hinter dir. Schau auf die Mini mehr. Ich habe Moped. Wir können los. Und dann durch die Pampa fahren am besten. Das ist kürzer, nehme ich an. Ja, wesentlich kürzer. 900 Meter. Hey, was ist denn hier kaputt? Wieso ist das hier auch? Was denn? Das weiße. Weißer? Bei mir? Ah, das siehst du dann in der Aufnahme. Das musst du dann reinschneiden. Da war so komischerweise ein Fleck. Großer, weißer Fleck. Oh Gott, ich werde sterben. Wer überlebt? Oh Gott, durch den Fluss. Alter, alter, alter. Du bist direkt hinter mir. Ich komme jetzt schon oben. Ich bin von einem Stein blockiert worden. Einfach weiter nach unten fahren. Ja, wenn es aber nicht geht. Na, dann suchst du dir einen Weg, wie du das schaffst. Ja, hab ich ja schon. Bin ja schon unter. Ich glaube, meine Runterfahrt ist ein bisschen spektakulärer als deine. Das kann sein. Auto. Bist du? Ja, zurück, ganz hinter. Highway to hell. Hinter uns ist ein rotes Fahrzeug. Hier ist auch nichts, ne? Unsere Bedürfnisse, ihr fühlt sich. Hier ist aber nichts, oder? Soll was aber sein, ne? Aber nur ein unbekannter Ort. Guten Tag. Ja, hier können wir auftanken. Was denn? Weiß ich nicht. Dann zum nächsten, Fragezeichen. Da ist nämlich auch so ein... Waffe. Ne, jetzt meins. Echt? Ja. Ich hatte ein grünes, das weiß ich. Alter! Penner. Okay. Greif mich nicht an. Bist du bereit? Natürlich. Fahr jetzt aber nie vorbei. Gib mal Gas und bremst dabei gleichzeitig. Rimm, rimm. Das ist auch gut. Guck mal hier. Er hat mir gedacht, du musst kommen. Ah, warte, ich brauche mich. Was ist denn mit dem kaputt? Hallo? Toll. Jetzt dein Fisch. Ja, hier. Du musst Gas geben. Was hier? Geh mal Gas und wenn du bremst, einfach mal komplett lenken. Achtung, so und dann. Oh Mann, wie soll das nicht funktionieren? Und nach vorne gehen. Moment. Ich habe das funktioniert jetzt. Nö. Jetzt funktioniert das nicht. Kann dir was noch funktioniert. Was hat der gemacht? Ja, der hatte ich direkt fast um 180 Grad gedreht. Pass auf, das ist ein Gegner. Willy! Drohne. Ich glaube, wir müssen mal wirklich ein bisschen kreativ, äh, taktisch hervorgehen, ne? Mhm. So, da ist einer. Oh, 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 oh. Der eine kommt da näher. Meinst du hier nicht? Ja, doch hier. Hey, wir haben einen Narko. Das fehlt. Die haben einen Geisern hier. Rebellengeisern. Ich glaube, den befreie ich mal, ne? Mhm. So, einer hat er erwischt. Einer weniger. Wenn er das nur erwischt, dann hier hinten noch den. Ich habe die Rebellen befreit. Ha! Im Laufbau habe ich ihn erwischt. Okay. Ich habe das irgendwie abgehauen. Schauen wir mal die Waffe. Oder doch da hinten ist. Tango ist tot. Zack. Gut. Hier ist das komische Blaue. Schau mal da, Waffenkiste. 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 Tür ein. Bam. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Rambo. Waffenkiste in der Kirche. Ach, warum nicht, ne? Ah, jetzt kann ich mir dann mal die Verbesserung angucken, die wir bekommen haben. Das stimmt. Wohlwollen von den Rebellen. Vielleicht das so. So. Und Halbunterlauf. So, äh, ändern. Und über die Handhaltbarkeit. Warum man das heißen mag. Nur Halbautomatik? Okay. Magazin. Ne? Lauf. Honig. Mündung. Lange Harry. Lange Harry. Lange Harry. Harry. Harry von Potter. Der Harry von Potter. Hm. So, scharf. Zielhautomatik. Halbunterlauf, was macht das? Eins. Noch mehr Money. Unterlauf. Zack. Magazin. Geht nicht. Haupttisch. Ohne. Tempo. Oder Reichweite. Na, Reichweite kann ich gar nicht. So, ich könnte Batterie. Ahnung. Okay, was nehmen wir denn? Ah, Wärmebild. Ah, ich nehme das Wärmebild. Ach so, Fertigkeitspunkt. Ja. Wo steht denn das Wärmebild? Äh, wo stand das? Moment. Unter Objekt. Bei drei. Wärme. Kein Schleider noch nicht. Dafür brauche ich zwei Fertigkeitspunkte. Ah, jetzt kann ich ein Wärmebild machen. Das ist cool. Er war zu uns, Ronny. Hier treiben sich Gegner rum. Oh, warum ist ein Gegner? Oh, kann das sein, dass wir hier ein bisschen Schlaf verursacht haben? Doch, ein bisschen. Ja. Ja, du. Ne, äh, das ist deins. Das ist dein kleines Tier so rum. Aber da kann man doch dran vorbeifahren. Ich werde fahren. Äh, jetzt fahren wir am besten zur nächsten Waffenkiste. Darum die? Okay. Anstatt wir Missionen machen irgendwann mal, ne? Ja, das kommt, wir bearbeiten das halt nach und nach ab, ne? Naja. Die Missionen sind jetzt auch nicht viel spannender. Das stimmt. Das ist halt so die Story dann, ne? Mhm. Ich habe mich falsch gefragt. Ich habe einen Lambo vor mir. Oder Lambo verschnitt. Hallo. Lambo. Ich mache ein Rennen gegen den. Ich verliere. Das ist klar. Ich habe die Botanik. Kühe, Kühe. Kühe. Da sind viele Kühe. Was ist denn die Kühe? Die eine Kuh hätte mich festgeräumt. Bremsen. Am Weg. Brems, 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 brems. Hi. Zauber geparkt. Aber ist noch fast da, deswegen. Frohne fliegt. Wieso sage ich das, wenn mein Karpkast auch danach sagt? Weiß ich nicht. Hier vorne scheint nichts zu sein an Gegnern. Nein, die sind ja ganz hinten. Der Melikopter. Da sind zwei Stück. Aber viele. Hoppala. Viele sind es nicht. Gut, kann man erstmal ignorieren. Waffenkässe sollten wir trotzdem kommen. Ja, die muss Toten sterben. Oh, eine neue Waffe. Was denn? Spohle. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt. Was, eine? Oh, Pistole. Spohle. Die benutze ich jetzt mal für die Typen. Alter, kann man damit schlecht zielen. Warte mal. Feier. Verdammt. Na, pff. Na, pff. Verdammt. Ich weiß, warum das jetzt so schlechter war. Das war... Einfacher Granatwerfer, genau. Na, gehen Sie bitte weg. Ja. Tango getroffen. Verdammt. Das war ein Zivilist. Vollidiot. Der Zivilist ist sicher tot. Was denkst du dir dabei? Sorry. Alter. Sauber. Alles Paletti? Was denn? Ich habe doch hierhin getroffen. Ja. Bist du ein bisschen explodiert, ne? Den anderen hast du getötet. Aber ich habe kein Menschen getötet. Aber wir werden Zivilisten. So, das nächste ist... Ah, zum Fragezeichen. Ja. Wie kommst du da hin? Oh, da kommt ein Heli vor sich, ne? Bitte steigen Sie ein. Bin unter die X. Müssen aufpassen, ne? Dass wir so nach zwei Stunden kurz... Mh-hm. Eine kurze Pause machen, ne? Das sind zwei Probleme. Machen wir. Nachdem ja am besten. Jo. 4,4 Kilometer ist es so. Ne, ist der Konvoi, ne? Ne, ist der Konvoi. Ich habe mir die Konvoi angeblendet. Warum? Haben wir nie abgemeldet. Das ist echt so. Okay, irgendwann kriegen wir den. Was ist hier? Und gibt es hier irgendwas? Gucken wir auf die Minimap. Gucken wir auf die große Map? Ja, auf die Map meine ich. Checkpoint. Okay, kann man sich nur teleportieren, ne, oder? Oder was macht das? Keine Ahnung. Nun. Nix. So, als nächstes haben wir dann... ...ne Stadt. Genau, aber erstmal haben wir eine Sessionpause. Oder doch, Sierk. Alles klar. Dann bist du später. Landen aber lieber aber erstmal. Okay, ich... Das bleibt doch hier in der Luft, oder? Keine Ahnung. Also, das Auto fährt immer weiter, deswegen. Also, gucken wir mal. Na, das steht. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.